Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm und zwar zeigen wir euch heute den EC 8081 und zwar der um 1990 rum von Innsbruck nach Hamburg-Altona und zurückgefahren ist. Und zwar in verschiedenen Abschnitten. Der erste Abschnitt wäre von Innsbruck nach Mittenwald. Das wären, in dieser Konstellation hat er fünf Wagen gehabt und ist mit einer Baureihe 111 bespannt gewesen. Ab Mittenwald kommen da noch zwei Wagen dazu und ab Garmisch nochmal fünf Wagen dazu. Dann hat er die volle Länge und dann haben wir wieder einen Lokwechsel und zwar in München, aber das kommt in den nächsten Filmen. Heute machen wir wie gesagt nur den ersten Abschnitt. Der Zug ist um 1991, Sommerfahrplan. Viel Spaß mit dem Video. Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Ciao. Das war's. 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 Das war's.